Na, ich weiß ja nicht, oder? Oder was denkt ihr? Tornado's Dream! Hallo und herzlich willkommen zu euren Tornado's Dream! Wir sind wieder beschäftigt mit das Kalistro-Protokoll, The Kalistro-Protokoll, genau. Und zwar zeige ich euch in diesem Video, ich habe mir gesagt, so nach dem ersten Durchlauf, mja, okay, die ganzen Trophäen sind irgendwie cool. Aber, da werden wir den letzten Gegner auf Schwer besiegen. Dazu zeige ich euch erstmal hier, Gameplay, Schwierigkeitsgrad, Hochsicherheitstrakt, haben wir ausgewählt. So ist auch mein Safe, weil ich habe mich durch das ganze Spiel durchgequält. Das Problem ist, oder war, es gab eigentlich ein Glitch, da konnte man das Spiel einfach auf Eifer starten, durchspielen und auf Schwer und dann hat man die Platin-Trophäen bekommen. Ist aber nicht der Fall bei mir gewesen, ich musste leider mich da echt durchknüppeln. Also egal, zurück und jetzt gehen wir in den Safe. Und fang an. So, wir befinden uns hier schon im Spiel. Es kann sein, dass ich jetzt schneide, weil das ist ein bisschen lästig. UKC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Das ist gut, danke für diese netten Wörter. So, wir haben jetzt hier Sachen zum Verkaufen. Wir werden uns erstmal schön ordentlich Kohle anpeiern. Da ist auch wirklich der Tipp von mir, um gut durchzukommen, spart wo ihr könnt. Also wirklich nur ein bisschen die erste Waffe upgraden, dann die Schrotflinte und dann kauft euch das MG da, dieses Gewehr. Das habe ich nämlich jetzt. Und jetzt kaufe ich mir von den restlichen Geld, weil jetzt kommt nur noch der Endgegner. Das werde ich jetzt schneiden. Nur Munition, nichts anderes. Oh, doch zweimal. Abgeschlossen. Aktivierung der Druckfertigung. Juchisi haftet für keine Druckfehler. So, jetzt können wir nicht mehr. So, jetzt haben wir. So, jetzt nachdem wir nach einer Stunde lang fertig sind mit Drucken, wie im Büro. Okay, also haben wir jetzt 471 Schuss oder mehr, also fast 500 Tacken hier. Und jetzt ist es im Prinzip, jetzt kommt, gleich kommen wir zum ersten Kritikpunkt. Der erste Bosskampf. Im Prinzip handelt es sich um einen Gegner, der sich halt verwandelt. Oh Mann. Das ist auch geil. Das liegt nicht an mir. Das Spiel ist nicht lippensynchron. Also die Voice haben die total schlecht abgemischt. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe sie beobachtet. Die Zukunft liegt im All. Da oben. Unser Schütz. Doch für das All sind wir nicht geschafft. Diese schwache Hülle hält uns zurück. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun sehen wir den Grund. Mist, ich sollte mal Zukunft über euch Untertitel entnehmen, wa? Hier kommen wir schon zum Kampfsystem. Genau das ist das, was ich jetzt meine gleich. Was ich hart kritisiere. Du kannst nichts machen. Nicht zu glauben, der Typ bewegt den Mund und sagt nichts. Du bist so abartig hässlich. Ja, komm. Komm, du Abschaum. Wollen wir mal sehen, wenn er längert. Und jetzt links. Rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, vergiss das, Leute. Also Fakt ist, das war jetzt schlecht gemacht. Ihr müsst immer nur ausweichen. Das ist alles. Ihr müsst noch nicht mal drauf achten, wann er das macht. Es reicht wirklich, einfach nur den Stick in die linke Richtung zu halten. Schaut her. Es ist wirklich egal. Du musst doch noch nicht mal das Timing haben dafür. Aber jetzt aber besiegen wir den mal. Gut, das machen wir sieben, acht Mal oder so. Ah Gott, das ist sowas von langweilig eigentlich. Tut mir leid, ich wollte eigentlich gar nicht so hart reden, aber es geht nicht anders. Immer dasselbe. Wir müssen noch nicht mal auf Distanz gehen. Gleich verwandelt er sich. Wenn man das einmal durchschaut hat, ist das wie als ob man auf einer Schiene fährt. So, jetzt kommt der Moment, der verwandelt sich. Das ist alles geskriptet. Aber du bist der Beste, der Besten, der Besten, Sir. Mit Auszeichnung. Was passiert mit mir? In den Junker. Was passiert mit mir? Schöner Typ bist du. Alles hat seinen Platz. Ja. 1,99 bei Lidl. So, jetzt geht ein Gebärsche los. Jetzt müssen wir rennen. So, ich melde mich jetzt mal außen off. Das musste ich leider machen. Sieht euch mein Gesicht an. Ich bin sowas von konzentriert. Das ging gar nicht. So zur Taktik. Wir müssen quasi immer über Kreuz laufen und voll hinweg. Hier zum Beispiel über die Mauer. Und jetzt seht ihr genau in diesem Beispiel, wie ich auf die andere Seite renne. Denn es ist wichtig, dass ihr, ihr müsst versuchen, den Abstand zu bewahren zu gehen. Und aus der Entfernung greift ihr ihn dann einfach an. Und greift euch immer wieder auch mal diese roten Kanister. Denn die dienen als Explosivgeschoss. Hier gleich zu meiner linken sieht man so eine Säule. Da könnt ihr auch gut drum herum wandern. Aber wie gesagt, immer schon über die Mauer drüber. Achtet auch auf diese kleinen Gegner, die da kriechen. Dass ihr die abschießt und nicht drüber laufen, weil die explodieren. Und dann nehmt ihr nämlich Schaden. So wie in diesem Beispiel. Hat mich einer erwischt. So wieder voll eindecken. Immer schön über die Mauer. Und das geht jetzt die ganze Zeit so um diese Säule. Im Kreis. Abstand halten. Auf ihn schießen. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Gegner quasi down ist. So, das wollte ich jetzt mal außen auf gesagt haben. Weil ich war so konzentriert. Ich konnte mich echt wirklich nicht auf Quatschen konzentrieren. Weil ich kann immer nur eine Sache. Ich kann immer nur spielen oder quatschen. Wenn es aber zu hart ist, kann ich nicht mehr spielen. Deswegen habe ich das mal so gemacht. Also, lasst ihn uns besiegen, den Gegner. Also, ich kann mich nicht mehr so machen. Er läuft mir hinterher wie ein Kind so. Den Bein mal aufladen, wenn ihr Zeit habt. Das ist so verstörend. Ich zieh schon kurz hin, so ist es nicht. Mal rüber. Ich laufe eigentlich immer nur von links her rechts. Natürlich jetzt ein bisschen brenzlig. Jetzt habe ich natürlich das Gefühl, dass ich auch ein bisschen wenig Energie habe. Jetzt habe ich eigentlich ein Problem. Man könnte es locker schaffen, aber ich schaffe es nicht locker. Das ist locker. Das ist locker. So, haben wir es geschafft. Das ist, wie gesagt, ein bisschen gebäschig. Ihr müsst hin und her und das war es im Prinzip. So, jetzt können wir uns entspannen und unser Fazit rausknüppeln gleich. So, komm, hol dir das Antigift, das Serum und beende den Scheiß. Können, wisst ihr, was ich geil finde? Der Typ hat die Synchronsturm von Al Pacino. Hätten sie gleich das Gesicht von Scarface drauf tackern können. Halt durch, Dani. Ein tapferer Versuch. Aber Sie wissen doch mittlerweile sicher. Ich verliere ihn. Doch, diesmal schon. Genau. Das hätte ich nicht anders sagen können. Doch, diesmal schon. So eine Verschwendung. Alles nur für ein Leben. Glauben Sie nicht, dass Sie uns aufhalten. Die gesammelten Daten werden die nächste Phase des Protokolls einleiten. Und was Sie angeht. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Auf Nimmerwiedersehen, Miss Nacker. Und Mr. Lee. Hoffentlich hat es Ihnen in Black Iron gefallen. Move, move, move. Overhead. Großmann. Was ist das denn? Scheiße. Konyo, nur eine Kapsel? Wir sind aufgeschmissen. Das ist noch eine. Nein. Du weißt nicht, was du tust. Ja, früher nicht. Jetzt schon. Braucht nichts mehr machen. Was willst du damit sagen? Das war's. Es tut mir leid. I'm so sorry. Alles. Tut es nicht. Im Eifer des Gefechts bemerkte ich nicht, dass er mir auch die Beweise beschaffte, die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. Wollte er das wieder gut machen, was er getan hat? Das erinnert mich an die Turtles. In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. Oh, möglicher Teil 2. Aber ich werde deine Hilfe brauchen. Oh, möglicher Teil 2. Aber ich werde deine Hilfe brauchen. Und dann hab ich mit. Hier, wer hat mich noch nicht mal beim ersten Mal gerockt, dieser Jumpscare. Los jetzt, wo ist die Trofea? Ey, wo ist denn die Trofea jetzt? ja da oben ist sie das protokoll strebt nein verdammt es ist nur eine gold trophäe gewesen ich dachte dass es eine platin gibt okay wo wir gerade die chance haben nutze ich auch kurz die situation mein fazit also erstmal finde ich geil dass der hauptcharakter die stimme von alpacino hat in der deutschen fassung was mich nervt sind dass halt es nicht lippensynchron ist und dann muss man sagen ganz schlimm das kampfsystem das kampfsystem ist wie ein magnet zum beispiel ich weiß dass hier der mitentwickler der entwickler bei dead space 1 war man merkt den spiel auch echt an dass es ein dead space ist ich will nicht sagen klonen aber was mich nervt in diesem kampfsystem ist du kannst nicht einfach weglaufen es ist wenn du in diesen infight kommst dann bist du wie gefesselt das ist richtig nervig ich würde sagen das spiel ist ganz okay man kann es ein zweimal spielen aber den effekt wie bei dead space den habe ich nicht definitiv nicht war ganz cool und dann noch zu sagen war es im prinzip macht's gut euer tornado ciao